in diesem video werde ich euch den grabsteinglitch komplett ausführlich erklären so dass gar keine fragen mehr entstehen und wirklich jeder alle infos hat die man zu diesem glitch braucht als allererstes müsst ihr euren rucksack mit items füllen die in euren grabstein tun wollt bzw die ihr duplizieren wollt da ist auch die auswahl völlig egal das muss jeder persönlich für sich selbst entscheiden also füllt euren rucksack mit items die einen grabstein tun wollt schritt nummer 1 natürlich braucht ihr auch das grabstein perk ihr könnt das auch vorher herstellen und mitnehmen falls ihr das könnt ansonsten könnt ihr das auch für 2000 punkte im spiel kaufen als nächstes geht in ein spiel rein und ihr könnt natürlich auch in einem leeren platz einen großen rucksack tun damit in der nächsten runde komplett euren grabstein leer machen könnt und falls ihr einen kollegen habt ihr euch geld droppen kann dann nimmt dieses auch auf damit ihr immer wieder genug geld in euren grabstein drinnen habt als nächstes müsst ihr die grabstein dose trinken bzw grabstein ausrüsten und ihr dürft keine selbst wiederbelebung dabei haben und ihr müsst als nächstes einen ort suchen wo ihr gerne euren grabstein platzieren wollt falls ihr schnell duplizieren und wieder raus wollt dann würde ich das am akt 4 portal auf der insel machen weil ihr dort auch direkt einen exfil habt ihr müsst aber falls mit jemand anderen zusammenspielt den trupp vorher verlassen dann müsst ihr euch nur noch umbringen oder umbringen lassen und wenn ihr auf dem boden liegt könnt ihr einfach auf aufgeben drücken damit ihr komplett ausblutet und den hilferuf müsst ihr einfach ignorieren und warten bis der timer abläuft denn dann kommt nämlich dieses bildschirm wo steht dass sie eliminiert worden seid hier müsst ihr jetzt einfach nur noch warten bis die ganze ep anzeige abläuft denn dann wird euch oben rechts hier angezeigt dass sie das spiel verlassen können das macht ihr und wenn ihr dann zurück in der lobby seid dann seht ihr dass euer operator gar keine ausstattung mehr habt ihr könnt hier auch wenn ihr wollt einen voll ausgerüsteten operator nehmen mit einem großen rucksack falls ihr auch keinen großen rucksack neuer grabstein gepackt habt und könnt dann direkt eine neue runde starten wenn ihr dann in einer neuen runde seid dann seht ihr schon dass euch das grabstein symbol angezeigt wird und wenn wir auf die karte schauen ist das der ort wo ich vorhin gestorben bin ihr müsst jetzt nur noch zu euren grabstein gehen und diesen leeren ich würde euch empfehlen dem täuschgranaten mit falls ihr an einen ort seid wo zombies sind damit ihr da etwas ruhe habt und wenn ihr euren grabstein gelehrt habt und die sachen duplizierung wird müsst ihr zu einem story x will das sind diese auf der karte mit einem gelben stern markierten exfils und um eure sachen nun zu duplizieren bzw mit rauszunehmen und trotzdem euren grabstein zu behalten müsst ihr halt eine dieser exfils benutzen und die anwendung schließen bzw alt f4 machen zu einem bestimmten zeitpunkt und ich zeige euch jetzt wie das mit diesen ganzen exfils funktioniert dabei würde ich euch empfehlen dass ihr das portal von der akt 4 mission benutzt auch wenn ihr in der story nicht soweit seid könnt ihr auf mission bearbeiten gehen auf akt 4 und die mission aktivieren falls ihr in einem trupp seid verlasst den trupp weil sonst werden eure mitglieder mitgezogen ihr wartet nun auf den countdown und wenn der countdown vorbei ist dann kommt diese animation zum teleporten und hier müssen die ganzen konsolenspieler dashboarden bzw die anwendung schließen die ganzen pc spieler müssen warten bis die animation vorbei ist dann wird es kurz schwarz und hier müsst ihr dann auf alt f4 drücken falls ihr euch für einen anderen story x will entscheidet also die mit dem gelben stern die erkennt man auch daran dass deren rauch dann wenn ihr da seid rot ist dann müsst ihr einfach den heli rufen ihr wartet bis der heli da ist dann steigt ihr in den heli wartet bis der timer abläuft und für die konsolenspieler gibt es jetzt zwei möglichkeiten entweder ihr dashboardet das spiel sobald der heli abfliegt und sich nach vorne neigt oder ihr wartet bis zum schluss bis das schwarze bildschirm kommt und macht dann auf anwendung schließen ich würde euch zweiteres empfehlen aber ansonsten könnt ihr auch wenn er sich so nach vorne neigt die anwendung schließen und die ganzen pc spieler müssen auf alt f4 drücken sobald dieses schwarze bildschirm kommt dann gibt es noch eine andere variante falls ihr zum beispiel einen grabstein hat und die goldenenigma tarnung freischalten wollt wo ihr 100 kids machen müsst und erfolgreich exfiltrieren oder sogar wenn ihr einen bauplan findet den ihr noch nicht freigeschaltet hat und zum herstellen freischalten wollt da müsst ihr nämlich einen ganz normalen exfilt nehmen das sind diese ohne stern und diese sind auch leicht erkennbar durch den grünen rauch ihr steigt in den heli und wartet am ende bis dort evakuierung geglück steht und dann der sport ja also alt f4 oder anwendung schließen und ganz wichtig hierbei ist wenn ihr wieder ein spiel kommt und die ganzen sachen in eurem rucksack habt dann dürft ihr diese sachen nicht in euer lager tun also die ganzen sachen die ihr mit einer ganz normalen exfiltration ohne stern mit rausgenommen habt dürft ihr nicht in euer lager tun sonst habt ihr später nur probleme mit eurem lager und könnt euer lager nicht mehr als 10 erweitern oder nichts neues mehr dazu tun falls ihr den roten wurm machen wollt und euren grabstein behalten wollt dann müsst ihr den roten wurm erstmal töten und am ende sponnt dann ein portal wenn ihr den besiegt habt ihr benutzt diesen portal und danach müsst ihr nur noch auf anwendung schließen beziehungsweise auf alt f4 drücken sobald euer bildschirm kurz schwarz wird und hier dürft ihr die sachen auch nicht ins lager tun wenn ihr aber einen story exfilt genommen habt dann könnt ihr die sachen ins lager tun ihr habt eine maximalkapazität von 240 items wo ihr drückt einfach auf lagern und die sachen gehen ins lager rein ohne probleme aber wenn ihr das problem habt dass da steht dass sie die sache nur zerstören können und nicht mehr ins lager tun können oder auch nicht gegen andere sachen eintauschen können dann hört jetzt genau hin denn ihr müsst erst mal verstehen wie dieses lager überhaupt funktioniert denn das lager hat normalerweise eine größe von zehn items und jedes mal wenn ihr dort etwas rein tut was ihr hergestellt habt oder aus normalen exfiltrationen mit aus dem spiel genommen habt dann zählen diese offiziell als belegte plätze in eurem lager zum beispiel geht in ein spiel und farm ein bisschen und habt jetzt drei items mit rausgenommen ihr exfiltriert ganz normal bei der ganz normalen exfiltration packt diese drei sachen ins lager dann hättet ihr drei von zehn slots belegt das gilt auch für die items die ihr mit dem normalen exfilt rausnimmt trotz grabstein glitch also wenn ihr zum beispiel auf die 100 kills zahnung geht mit evakuierung und dashboard sobald evakuierung geglückst steht dann dürft ihr diese items auch nicht ins lager tun ich habe jetzt eine runde hier gespielt und sachen gefahren und werde das jetzt mit diesem normalen exfilt rausnehmen und ins lager packen damit ihr auch genau versteht was ich meine also ich gehe in den normalen exfilt wenn da steht evakuierung geglückt werde ich ganz schnell dashboarden und ich habe jetzt auch extra items mit rausgenommen die sofort im lager erkennbar sind damit ich euch das ganze auch verständlicher erklären kann ich werde diese sachen jetzt in mein lager packen und ihr werdet sehen nach ein paar stück werde ich nichts mehr reintun können das heißt mein lager ist gerade zehn von zehn lottspiel das liegt einfach daran dass ich der items reingetan habe die ich nicht mit dem story exfil rausgenommen habe mit dem grabstein glitch und um das ganze jetzt zu fixen damit ihr wieder sachen in euer lager tun könnt müsst ihr erst mal diese items in eurem lager finden und zerstören ich zeige euch das ganze mal ich gehe mein lager und suche jetzt die items raus die ich gerade rein getan habe die ich auf normalem weg exfiltriert habe beziehungsweise in mein lager getan habe das waren wie gesagt bei mir nur so sachen die leicht erkennbar sind sowie ein perk auf einmal zwischen den ganzen goldenen sachen oder munitions mods falls sie schon viele items im lager habt dann kann es schwer sein diese sachen rauszufiltern weil man vielleicht nicht weiß welche sachen man nicht durch den glitsch da reingepackt hat und dann ist das schon richtig schwierig diese sachen zu finden aber wenn ihr noch mal einmal komplett das fixen wollt und euer lager wieder auf 240 items füllen wollt dann geht in euer lager rein zerstört nach und nach paar items und schaut immer wieder nach ob ihr die sachen einfach so einlagern könnt ohne die einzutauschen und sobald ihr die sachen dann so einfach wieder reinlegen könnt danach dürft ihr dann nichts mehr in euren lager tun was sie durch eine normale exfiltration mit rausgenommen hat oder was ihr hergestellt hat und rein getan habt dann gibt es noch eine andere methode und zwar wenn ihr irgendeinen bug in eurem spiel habt oder ihr merkt eure server legen und es könnte gleich abstürzen dann könnt ihr einfach mitten im spiel auch die anwendung schließen oder auf alt f4 drücken es spielt auch keine rolle dabei ob ihr euren grabstein vorher leer gemacht habt und wenn ihr das macht dann verliert ihr zwar die ganze operator ausrüstung sowie großen rucksack aber euer grabstein bleibt in der nächsten runde bestehen jetzt geht es weiter mit dem dunkel etha und zwar könnt ihr nur noch das abspeichern wenn ihr den dunkel etha geht was ihr aktuell dabei habt also nicht das was ihr vorher drin hatte sondern was ihr zum ende hin noch in eurem rucksack habt das sind jetzt die sachen die ich in meinem rucksack habe ich zeige euch das ganze ich habe eben noch einen normalen siegel gefahren ich hatte keinen ältesten siegel mehr aber im prinzip ist das ja beides dasselbe das könnt ihr hier mit beiden siegel machen und sogar mit dem aktiviert portal schlechtes signal falls ihr die mission noch machen müsst ihr geht einfach ins dunkel etha rein dann macht ihr die mission und farmt die sachen die ihr haben wollt natürlich wenn ihr den ältesten siegel nimmt dann kriegt ihr auch baupläne und diese baupläne könnt ihr auch mit rausnehmen ich bin jetzt wie gesagt nur in den normalen siegel reingegangen weil ich kein ältesten siegel hatte aber ist ja nicht schlimm ihr nehmt halt die sachen und wie gesagt leute es wird nur das abgespeichert was ihr aktuell drin habt also es wird jetzt nur das geld gespeichert was ich hier in meinen grabstein habe und die items die ich aktuell in meinem rucksack habe das wichtigste dabei ist dass ihr noch genug geld habt denn euren grabstein könnt ihr ja jederzeit ändern und neu ausrüsten hauptsache ihr habt maximal geld wenn ihr dann im dunkel etha gefarmt hat dann müsst ihr im prinzip einfach nur den grabstein glitsch wiederholen ihr bringt euch um aufgeben dann kommt dieses bildschirm mit eliminiert hier müsst ihr einfach nur die ganze ep anzeige abwarten bis oben rechts spiel verlassen steht und dann drückt ihr drauf wichtig dabei zu wissen ist ihr könnt natürlich im dunkel etha euer trupp nicht verlassen also mit dem siegel mit dem normalen siegel und ältesten siegel im dunkel etha könnt ihr euer trupp nicht verlassen also könnt ihr quasi den grabstein nicht setzen um das zu verhindern müsst ihr falls ihr nicht solo in den dunkel etha reingeht eure kollegen erstmal weg schicken also die müssen erstmal den exfil nehmen bis eure kollegen komplett raus sind und ihr alleine drin seid dann bringt ihr euch um und wartet einfach bis der timer abläuft und dann am ende steht spiel eliminiert aber falls ihr in die akt 4 mission reingeht könnt ihr auch mit kollegen rein und bei der akt 4 mission könnt ihr auch den trupp verlassen dann werdet ihr sehen dass euer großer rucksack fehlt und diese ganze equipment von eurem operator aber das ist nicht schlimm denn ihr habt jetzt einen neuen grabstein denn wenn ihr ins spiel geht dann werdet ihr sehen dass euer grabstein jetzt hier am friedhof ist und ihr werdet sehen dass da wirklich nur die sachen sind die ihr aktuell im rucksack hatte zum zeitpunkt eures todes diese methode eignet sich halt dafür falls ihr jemanden helfen wollt der noch im dunkel etha rein muss irgendwelche baupläne fahren muss oder falls ihr allgemein selber im dunkel etha farmen wollt ihr verliert zwar die items in eurem rucksack aber ihr habt noch genügend geld um einen neuen grabstein später auszurüsten mit den items die ihr haben wollt jetzt habe ich glaube ich alles zum thema grabstein gesagt also wenn ihr euch das video von anfang bis ende anschaut dann habt ihr wirklich alle infos die ihr braucht und alle eure fragen sollten beantwortet sein falls euch das video gefallen hat dann lasst doch ein like da leute schreibt mir die kommentare und falls trotzdem weiterhin noch fragen bestehen sollten könnt ihr diese gerne in den kommentaren stellen oder gerne auch auf discord nachfragen ansonsten würde ich euch noch empfehlen falls sie noch kein abo auf diesen kanal habt könnt ihr jetzt an dieser stelle ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit ihr in zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video